Wir testen die besten Experimente 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 Okay, ich würde sagen, es hat halb hingehauen. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, jetzt kommt mein Experiment. Also, mein Experiment ist das zweite und es ist aus dem Experimentierkasten Hokus Pokus. Und es heißt verzauberter Luftballon. So, ich lese es mal eben vor. Verblüffle deine Zuschauer, mit deiner Zauberkraft kannst du Ballons. Das Platzen abgewöhnen. So, und jetzt müssen wir einen Luftballon aufpassen. Das macht bestimmt Spaß. So, jetzt mache ich hier den Knoten weg. Jetzt kriege ich den Knoten dann nicht zurück. So, ich werde jetzt mal anfangen, wenn ich meine scheiß Komme in meiner Zauberkraft. Dann brauchen wir die Schere. Wir brauchen ungefähr so ein Stück. Zeig das mal. Ich muss jetzt hier versuchen, abzuschneiden. So, und das, ich halte sie mir an die Zauber. Das klebt nicht gut. Egal. Warte, wir nehmen uns, dass ich halt noch ein Stück... Ach, wo ist das denn anfangen? Ach, hier. Noch ein Stück abschneiden. Und überkreuzt. So ein paar Bedankungen ist ja wirklich noch platt. So, wir haben da verpflastert. Pardon? Hm, verpflastert. Wenn ich mir noch ein bisschen andrücken will. Ich glaube, das geht ja. Gut, und jetzt habe ich Angst. Also, wir müssen jetzt diese Nadel da reinpiksen. Und ich lette mit euch seinen Lufballon platzen. Ich lette dagegen. Nein, das ist gar nicht so, dass von mir das wirklich noch... Boah, ich habe Angst. Warte, lass mich. Nein, nein, keine Lufballon, keine Lufballon, keine Lufballon, ich pikse. Ah, der Tier hat endlich geblattet und die ganze Stücke kann auch drinnen. Ah, aber es entweicht Luft. Okay, was hat geklappt? Ein Punkt für den Hokus-Pokus-Karton. Oh ja. Okay, ein Minuspunkt. Wie sieht das aus? Also. Ja, ein Minuspunkt für die. Das zweite Minuspunkt für den ganzen Experimentierverkasten ist, dass die Brille wirklich unangenehm ist. Ja, es ist ganz unangenehm. Das bessere Experiment war mein Schleim mit der Pflege, Dusche, Fakur und Bass. So. Okay. Wir verabschieden uns. Entschuldigen uns für dieses lange Video. Was ziemlich sinnlos ist. Ja, sinnlos. Leider. Leider. Was ziemlich sinnlos ist. Aber ist ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017